Mal starten. So, tache Nasenbären und herzlich willkommen noch zu einem kleinen anderen Special, das ich ja schon angekündigt hatte. Ja, wir sind mit einem Bros unterwegs. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch gleich mal bei allen Abonnenten, die mir das hier ermöglicht haben. 171 Abonnenten. Ja, ich wollte euch ja mal meine super YouTube-Kollegen vorstellen. Das heißt, ich werde jetzt mal alle Kanäle, die ihr da oben schon offen seht, werde ich euch jetzt einzeln vorstellen. Werde euch so ein paar Videos, also halt so von hier, von der Seite her halt sozusagen zeigen, was die so bringen. Sind auf jeden Fall auch ansehenswert, wo ihr auf jeden Fall mal reinklicken solltet. Fangen wir an mit dem ersten MC Disaster Let's Play. Ja, ihr solltet bei ihnen auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr WWE-Fan seid. Ich werde euch das jetzt einfach mal zeigen. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, fangen wir mal weiter unten an. Immortals Supercard ist jetzt derzeit zwar pausiert, aber wird wahrscheinlich auch wieder kommen. Und ihr seht, oder zumindest teilweise mal hin und wieder was kommen, denke ich mal. Ihr seht aber, ihr bei den unteren, die hat er jetzt zum Beispiel selber schon bearbeitet, ergibt sich da richtig Mühe, die Templates zu machen. Ist auf jeden Fall mal ansehenswert, da mal vorbeizugucken und sich einfach da mal reinzuklicken. Dann bringt er zum Beispiel auch Leitsternspiel, zwar auch nicht so häufig, aber hin und wieder mal. Und dann die etwas neueren Projekte, Rollercoaster Tycoon Touch und Power Rangers Legacy Wars. Auf jeden Fall mal, wer hat mal vorbeizuschauen. Gut, er war letztendlich ein bisschen inaktiv aus Zeitmangel, aber er versucht immer bestmöglichst, die Videos hochzubringen. Playlists, glaube ich, gibt es gerade, doch, hat er auch Playlists, seht ihr. Er hat sogar Playlists erstellt hier für das Zeug. Also wenn ihr dann sagt, ihr wollt Supercard anschauen, einfach Playlists klicken. Dann könnt ihr euch alles an einem Stück anschauen. Dann hier YouTube Homies, seht ihr ja ganz kurz, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt direkt. Oder ihr seht es ja hier am Rand. Und ja, hier seht ihr die Beschreibung, da steht es ja auch nochmal drinnen. Ja, hier ist eine Standardbegrüßung. Servus liebes Gamer Universum und willkommen auf meinem Kanal. Hier gibt es Chaos Let's Plays zum Lachen und Spaß haben. Und das erste Video wurde am 22.10.2016 hochgeladen. Von ab dann wurden je nach Zeit regelmäßig neue Videos hochgeladen. Und so soll es auch weitergehen. Es wird keinen Updruckplan geben, da ich nie weiß, wie ich Zeit habe, neue Videos zu machen und hochzuladen, da ich auch oft als Featuring bei EOB dabei bin. Ja, er ist ja, das wisst ihr ja von meinen, also wer mich regelmäßig verfolgt, der weiß ja das auch von meinen Videos, dass er oft mit dabei ist. Aber ich denke mal, er hat es auch letztens schon mal erwähnt, er wird auf jeden Fall demnächst wahrscheinlich wieder was bringen. Was er bringen wird, weiß er allerdings noch nicht. Dann hätten wir ihn auf jeden Fall, lasst auf jeden Fall hier ein Abo da, spreng den Abo-Button, dass er auf jeden Fall nicht nur in die 20 kommt, weil da muss er nämlich ein Special bringen. Kleine Gemeinheit von mir jetzt an ihn. So, dann gehen wir mal weiter. Kelvin Let's Play, beziehungsweise Kelvin110997. Hat jetzt aktuell 24 Abonnenten, wobei er halt schon seit längerer Zeit jetzt auch nicht mehr aktiv war. Allerdings, ich denke mal, wenn er wieder Zeit hat, wird er definitiv wahrscheinlich auch wieder was bringen. Zu seinen Videos, er bringt überwiegend ETS und bringt überwiegend Bausimulator. Oh, man sieht auch, er hat vor zwei Wochen mal was gebracht. Ähm, ja, er streamt auch häufig. Und, ja, hier hat er zum Beispiel Black Ops 3 sogar mal hergebracht. Landwirtschaftsimulator bringt er manchmal. Ja, so vom Allgemeinen her bringt er halt so einen Quer-Misch-Misch-Misch. Fall-of-Tüfe Black Ops 3 hier wieder. Und ihr seht, er tut auch immer wieder mal mit anderen LKWs fahren. Also, er fährt mal mit jedem. Was natürlich auch schön ist, ne? Mal zu seinen Videos. Dann gehen wir mal zu seinen Playlists über. Da hat er keine. Könnte er welche machen. Ähm, und hier herzlich willkommen auf meinen Kanal. Ich habe meinen Kanal vor kurzem eröffnet und freue mich über jedes Abo. Äh, und immer ein Like da lassen. Ich werde, so wie die Zeit, äh, da ist, ein Video hochladen. Ich werde keine festen Zeiten festlegen. Bitte habt Verständnis. Ich hoffe, dass wir als Community mal groß werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken und würde mich über jeden Kommi und jeden Abo freuen. Äh, ich freue mich auf euch. Ist natürlich auch eine schöne, äh, Beschreibung. Aber ihr seht, er ist halt noch relativ klein. Ähm, das Beitrittsdatum kann man jetzt nicht als Eröffnung sehen. Das ist ja genauso wie bei mir. Ich meine, ich habe ja auch, äh, Ende 2015 angefangen. Und Beitrittsdatum ist bei mir ganz, ganz anderes. Kann ich euch mal zeigen, wenn ich mal zu mir klicke. Da seht ihr es ja auch in der Kanalinfo. Da sieht man es ja hier, äh, da. Ich bin auch angeblich 2013 beigetreten. Das war da, wo ich den Kanal hier eröffnet habe. Also, YouTube halt beigetreten bin, um Abos, ähm, da zu lassen und so. Ähm, ich habe es ja auch reingeschrieben, registriert. Wurde ich da, ja, toll. Ich würde es nicht bearbeiten. Ähm, und das erste Let's Play wurde eben da hier hochgeladen. Aber ich sehe, ich habe da einen Fehler drin. Ja, ich habe da einen Fehler drin. Gutes zu wissen, wenn man mal hin und her drauf schaut. Weil, Let's Plays mache ich nämlich seit einem Jahr vorher. Gut, dass ich da jetzt mal drauf geschaut habe. Ähm, ja, dann gehen wir mal weiter. Hier, Office Let's Play. Ja, er zeigt es euch schon anhand seines, äh, Hintergrunds. Er spielt Landwirtschaftssimulator und Euro Truck Simulator. Und, ähm, ja, gehen wir mal zu seinen Videos. Er bringt nämlich um einiges mehr. Es fing hier mal mit ETS ein bisschen. Und, äh, ja, und hier My Summer Car 1. Keine Ahnung, was das ist. Werde ich dann mal reinklicken. Oder ich schaue einfach mal ganz kurz rein. Ich schaue mir mal kurz vor. Ah, das ist ein Game. Okay, werde ich mir dann später auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, dann zu seinen Playlists. Hat er hier für Euro Truck Simulator Multiplayer einherstellt. Und Kanal Info. Ja, hallo liebe Leute und willkommen auf meinen Kanal. Ich werde nicht so viele Videos hochladen, aber ich hoffe, sie gefallen euch. Hauptsächlich werde ich Euro Truck Simulator 2 Let's Play hochladen. Aber vielleicht auch mal Landwirtschaftssimulator 2017. Die Videoqualität wird nicht die beste sein, aber trotzdem viel Spaß auf meinem Kanal. Ist natürlich auch schön, dass er das so nicht reinschreibt. Ganz ehrlich ist es okay. Und macht eigentlich auch immer Spaß mit ihm, wenn man mit ihm zusammen spielen kann. Na, dann gehen wir mal weiter zu Pookie. Der ist gerade live. Ähm. Allerdings hat gerade Streampause. Ähm. Hat heute richtig Fortschritte gemacht mit seinen, ähm. Mit seinem Kanal. Er ist halt richtig weit hochgekommen, weil vorhin, wo ich das Video gemacht habe, war er weitaus niedriger. Ähm. Ähm. Ja, zu seinen Videos. Der hat schon etliches gebracht. Allerdings überwiegend auch Minecraft. Ähm. Hier seht ihr Minecraft, 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 Minecraft. Ähm. Dann hat er Intro reingestellt. Minecraft Survival. Da hat er hier unter Abonnenten gehabt vor einem, vor einem Monat. Dann hat er eine kleine Info gemacht. Das ist wahrscheinlich Pookie hier. Ähm. Ähm. Ja. Ihr seht's. Auf jeden Fall auch ein guter Kanal. Schön gemacht. Dann hier, ähm. Seht ihr's. Playlists macht er auch wunderbar. Immer schön. Er hat jetzt Diskussion noch. Das habe ich jetzt nicht. Muss ich mal gucken, wie das geht. Und, ähm. Hier seht ihr's. Beschreibung. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Pookie und mache Videos von Games. Ich bringe aktuell hauptsächlich Minecraft oder Intro Videos. Oberlo-Plan noch nicht festgelegt. Meine Programme. Gimp. Korrel-Video. Dings-Punkts-Engel. Ja. Kleine Videobeschreibung. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal ein Abo da lassen. Kommen wir zum nächsten. NSPG Let's Play. Non-Stop Power Gaming. Das ist unser lieber Charlie. Ähm. Er hat jetzt noch nicht ganz so viel reingebracht, weil er ist erst am Anfang. Du hast es auch. Was? Ah, okay. Ähm. Wusste ich gar nicht. Er hat jetzt aktuell elf Abonnenten. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Dann Playlists. Hat er hier auch für Euro Truck Simulator extra gemacht. Und, wenn wir auf Info geht. Moin Moin. Ich bin Charlie. Von Non-Stop Power Gaming. Kurz NSPG. Und heiße euch werdet ihr willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich hatte 2013-2014 schon mal einen YouTube-Kanal. Doch dann habe ich dann jedoch aufgegeben. Jetzt hatte ich wieder Lust ein paar Videos auf YouTube hochzuladen. Bei mir wird es geben Autotrack Simulator MP. Drivers San Francisco. LS15. Und um sie zwei eventuelle Forest-Totorails. Und so weiter. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß auf meinem Kanal. Ja, das ist wie schon gesagt der Charlie. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal ein Abo dalassen. Ist auch ein ganz dofter Kerl. Und dann kommen wir zu Niki. Ist auch ein ganz cooler Typ. Auf jeden Fall könnt ihr auch mal ein Abo dalassen. Zu seinen Videos. Gehen wir erstmal ganz runter. Poseidon 2016. Da hat ein kleines Europa-Park-Video veröffentlicht. Und dann ging es los. ETS. ETS. Dann ein Intro. Dann Livestream. Notruf 1.2. Und ETS-MP. Notruf. 1.2. ETS. 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 Fernbo-Simulator. Auch mal gebracht. Dann wieder ETS. Ähm. Ja. Überwiegend eigentlich Autotruck-Simulator. Wie ihr es seht. Dann Playlists hat er auch. Wie ihr hier jetzt sehen könnt. Und zu seinen Kanal-Info. Willkommen auf meinem Kanal. Hier auf diesem Kanal erwartet euch Livestreams und Let's Plays. Viel Spaß auf meinem Kanal. Wenn euch gefällt, was ihr seht. Dann lasst gerne ein Abo da. Oder ein Like. Liebe grüße Niki. Ja. Wie schon gesagt. Lasst auf jeden Fall auch mal ein Like da. Ist auch ein ganz dofter Kerl. Das sind eigentlich die Leute, die ich jetzt hauptsächlich bei mir drinnen habe. Und wo ihr auf jeden Fall auch noch vorbeischauen könnt. Den habe ich jetzt leider noch nicht drinnen bei mir. Ähm. Wenn ihr jemanden seht, der gerne mal ein bisschen Moos hat. Dann schaut hier mal bei Dope Cookie vorbei. Der musste jetzt leider vor kurzem neu anfangen. Ähm. Ja. Zu seinen Videos. Überwiegend Transport-Fieber. Aber weiß ich nicht, was das ist. Euro Truck Simulator. GTA. Ähm. Muss wie schon gesagt, kurz und erst neu beginnen. Hat natürlich dementsprechend auch noch, ja. Der Kickstree do weines und zockt alles, was er hat. Schaut rein und macht mit. Bei Dope Cookie Cookie. Ja, kurzer, kleiner Start leider, wie schon gesagt, Neustart. Weil sein alter Kanal leider gesperrt worden ist. Aber genau der Gründe weiß ich jetzt selber auch noch nicht. Und werde es auch nicht sagen. Weil das liegt an ihn, euch das gegebenenfalls zu sagen. Das mit euch zu teilen oder nicht zu teilen. Ähm. Ist halt schade, dass der andere Kanal leider nicht mehr da ist. Aber gut. Schaut auf jeden Fall auch mal da. Und sprengt auch, wie bei den ganzen anderen Leuten, auch hier mal den Abo-Button. Ja, dann hätte ich gesagt, dann war es das an dieser Stelle schon wieder von meiner Seite. Ähm. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, dass ich hier mal ein bisschen andere Kanäle helfe, hochzukommen. Ich werde das auch in Zukunft ein bisschen öfters machen. Weil ich das einfach eine coole Sache finde, einfach andere YouTuber ein bisschen mitzuhelfen. Man muss ja als YouTuber auch ein bisschen zusammenhelfen. Weil sonst kommt keiner nicht wirklich mehr hoch. Weil es gibt einfach zu viele große YouTuber. Ähm. Wo ihr auch mal vorbeischauen könnt, ist, äh, den kann ich euch auch mal hier eröffnen. Den finde ich persönlich ganz cool. Der sitzt zwar schon ein ganz großer. Äh, ich weiß bloß jetzt nicht mehr, wie man es schreibt. Ich glaube, so schreibt man so. Ich glaube, so schreibt man. Dann halt, bookstab, bookstab, wie mal? M00. Da haben wir es noch so. Hier, musician. Hat schon 140.000 Abonnenten. Ist auch eine coole Socke. Macht richtig geile Let's Plays. Also, den schaue ich wahnsinnig gerne. Warum habe ich da noch kein Abo? Scheiß Bug. Ja, ich weiß nicht. Ihr habt es bestimmt auch schon, äh, schaut immer regelmäßig mal, ob ihr mich noch abonniert habt. Und auch die anderen Leute, die ihr noch abonniert habt. Weil manchmal wird er, ähm, automatisch deabonniert. Diesen Bug, den habe ich jetzt auch schon öfters gehabt. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Wobei, bei Ihnen werde ich jetzt nicht alle Videos einzeln zeigen, weil der hat viel, schon, wir haben ja extrem viele Videos, der hat ja schon über 3000. Aber, ihr seht, der bringt Zelda, der bringt Mario Kart, alles mögliche. Final Fantasy, und so weiter. Auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Playlist hat er hundertprozentig auch. Ihr seht, richtig viele, über 100 weitere Let's Plays, äh, äh, Dings, äh, Playlists. Und er hat hier natürlich auch schon etliche Leute drinnen. Ähm. Tö. Ja, ihr seht hier, auf dem Abonnenten, fast 50 Millionen Aufrufe. Ist natürlich auch ein richtig guter YouTuber. Schaut auf jeden Fall auch mal vorbei, und, äh, lasst ihn auch gerne ein Abo da. Und es gibt auch noch ein paar andere Leute, die schon größer sind, wie zum Beispiel hier. Unser Darcy, mit dem habe ich auch schon öfters gemeinsam gespielt. Ist auch ein richtig korrekter Kerl. Kann man auch, im Endeffekt kann man auch viel Spaß haben. Hier auch Gooden. Ist auch ein guter YouTuber. Sind auch so richtig, äh, lässige Leute. Ähm. Schaut auf jeden Fall bei denen auch gerne mal vorbei. Oder der Sachse. Ist auch ein richtig guter Let's Player. Und, äh, ja, der Garderold zum Beispiel hier. Gibt schon ein paar schöne YouTuber, die ich auch immer gerne anschaue. Ja, dann hätte ich gesagt, an der Stelle war es dann auf jeden Fall von meiner Stelle. Ähm. Falls euch das auch gefällt, was ich hier mache, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr solche, in Anführungszeichen, äh, Push-Videos sehen möchtet. Oder halt solche Videos, wo ich meine Lieblings-YouTuber erwähnen tue. Oder falls ihr jemanden kennt, der vielleicht, äh, eurer Meinung nach auch mal, wo ich mir auch mal anschauen könnte, könnt ihr mir auch gerne mal reinstellen. Ähm. Ich bin da für alles offen. Ja, dann, äh, hätte ich gesagt, lasst wie schon gesagt bei den Leuten übermal ein Like da, spreng den Abo-Button. Und, ja, dann bis zum nächsten Video. Danke und tschü tschü.